Wir sind im Mittelnetz, im Grauen Zero. Wir müssen das erste Mal, gehen wir unten lang in die Garage oder? Das ist laut. Ne ans Zelt, ich muss ans Zelt, sorry. Kupfer. das dumme zelt jetzt hatte ich einfach ja ja jetzt wer muss da text gefunden das ps munition raus hier unten und und ibuprofen noch 50 stück alter scheiß prs munition hier unten raus aus dem gamma schmutz braucht kein mensch auch scheiße ja jetzt weckt das schon eine tappelbeck junge das wird ja mal geiler ja auch medizin habe ich mich immer gewünscht das ist eine und null und hier leg dich hin du blödes arschloch bin abgeschossen alter links von mir ich bin tot alt das war ein film sie ist ich habe den drück gemacht den älteren nicht blöde das ist doch ein dinger mit seinen schimmelforten dort da hat man eben da und hier ist der otto von dem motto alter mit dem jetzt gewünscht gut ja jetzt mit dem schweigen weggeschossen soll ich gerade eine granade schmeißen ich muss glaube ich auf die waffe alles raus ja ich habe nicht mal eine rüstung an sage ich euch so wie es ist scheiß 6b 3tm aber jungs ich bin erst mal aus ok noch dir fürs spiel danke wir sehen uns wir sehen uns wir sehen uns ja alles gut krieg mal hin das mal ne ich schick's im fett schüttel ich hab's ausgehauen dann gut tschüss wir hören uns jetzt rein gehen erst mal ja wir uns auch mal richten kann hier das hat er noch hier die nöschelchen alter oh 700 den den er den Das Ding der nervig ist. Ob der Regen dazu noch, das Grau schon. Da schließt nichts an. Außer Danke. Das war frisch laut. Ist klein bleibt. Übel eh. Foto war der Futter. Das ist ne Kunde. Der ist wirklich hammerhaft. Ich hab ihn umgelegt, das ist noch bei Level 9 und wie eisig ist das. Da kommt es aber wie Level 79. Das ist noch bei einem anderen Bild. Und dann habe ich die Futter. als einfänger mit ist das schon ganz schön herz ist ja die anderen kinder kacke dagegen jeden fall wenn wir gleich also entgegen kommt so sieht aus heute das ist so ein dummes kind ja das ist abartig hat mich empfindlich getroffen das quäkt aber die haben gerade unseren zweiten otto erschossen ja otto von bm motto aber so ein drecksnamen ja 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 1000 sind ja 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 Ja, das ist hier weg. Oh man ist da. die bandit brauchen getränke nahrungsmittel im überfluss hier drin habe ich 143 fps ich habe ja ich muss da mal ja ich denke ich hatte das schon aber da sind ja andere spiele abgeschmiert also wasserflasche hier hinten am büro ich kann sich ja da vorne hinknallen der reichend Was soll denn noch trinken? Hab noch Okay 10 Irgendwas hab ich noch 10 Liter 10 Liter sind noch 10 Liter Das ist geil Ich hab hier einen Quetschbeutel Quetschbeutel Die sehen uns doch gar nicht Wenn, dann sollen sie reinkommen Das ist ihre Packung Da geht's schon Das ist noch ein Isker Aber das brauchst du ja nicht Nee, die Fragen Ja, rüchelt ihr noch stark Achso Da heißt ich gerade Aber ich will auch nicht am Fenster gucken Wo der ist Nee, das ist Geh mal runter und bringe den Das liegt nicht Das ist okay Dann liegt es auch noch rum Naja Irgendeiner ist auch noch hier Oh, der Regen Naja Jetzt kann ich die Granate hauen Die Blenden Oh, hier Komma Da klappt es doch Geil Ich bin hinter dir Ich glaube ich Ich fahre sie ja Halt, hier ist noch Irgendein Idiot Da ist auch eine Granate hin Ich gehe mal hin, dass wir den Pimsi Die Leiche liegt immer hier Das ist nicht ganz normale Die Leiche Achso Ich komme zurück Achso, die Wichser Ich bin tot, Alter Hä? Ich habe bloß Bumm, bumm Gehört, das war's Ja Marc Läschi Äskev, Alter Vergiss es doch Aber, aber wo ist er denn? Hä? Keine Ahnung Ich habe fünf Ich sehe ihn nicht Bumm, sie ist ungelegt Mit Backshot Ist klar Darf ich nicht mal draußen stehen?